Herzlich Willkommen, guten Morgen! Wir haben Freitag, den 13.04.2013. Hot News, News News, überhaupt News. Und zwar folgendes. Drei Clips sind in der Mache, und zwar drei Clips, zwei Clips, zwei Clips zum Thema Urlaubstraining, Urlaubsessen. Wie ernähre ich mich im Urlaub, so dass ich nicht die völlige Kontrolle über meine Form verliere? Zusätzlich ein Clip zum Thema Fotoshooting, optimale Fotos, Topform für ein Shooting. Und noch zwei News. Erste News, ab Montag, nächste Woche, bis einschließlich Sonntag, 14.04.2013, habe ich in meinem Webshop atletik-sports-food.de Sonntaggebot 15% auf alles, ab 30 Euro, Versandkostenfrei. Und nächste Woche, Samstag, 13.04.2013, bin ich auf der Fibo. Das heißt, wenn ihr zufällig, absinntlich, was auch immer, gerade auf der Fibo seid, und zwischen 15 und 16 Uhr nichts Besseres wisst, wie vielleicht einen kurzen Smalltalk mit mir zu halten, ihr trefft mich an bei der Firma Peak Peak Nahrungsergänzungen. Die Halle, den Stand, werde ich in der Beschreibung angeben. Somit, wenn ihr Lust und Zeit habt, kommt einfach vorbei. Samstag, 13.04.15-16 Uhr am Peak-Stand. Das war's schon wieder. Andreas Triebacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Deine Fitness, meine Aufgabe. Der